Willkommen zu einem neuen Video und ihr habt euch sehr lange immer wieder Dead by Daylight gewünscht. Und wen könnte ich da besseres fragen als den lieben Kieschor. Ich bin wunderschön. Den lieben Seth. Ich bin sehr muskulös. Und den lieben Störsen. Komm, willst du nur mal ein Büro Gold? Und wir haben heute eine Challenge. Denn wer von uns flucht, muss eine Minute stehen bleiben. Was ist ein Fluch? Ja, fluchen. Ja, aber wenn ich sage Dreck, wäre das schon ein Fluch? Ja, das ist nicht dieses japanische Geistermädchen. Wenn ich sage Seth, ist Seth auch ein Fluch? Ja. Okay. Du verdammter Seth. Verdammt auch schon. Ihr müsst einfach nur ganz entspannt sein. Ja, gehen wir hin. Und ich möchte die Runde bitte gewinnen. Also konzentriert euch. Ich fluche nie. Du dauernd. Nein. Alles, was aus deinem Mund kommt, dafür müsste man dir in den Mund stecken. Ist schmutzig. So. Einfach nur Schmutz. Schmutzmund. Mach stehen. Schmuddelmaul. Gehen Sie aber schnell mit dem Matchmelking. Ja, mit dem Matchmelking. Melking. Entschuldigung, ich muss dann heute früh denken. Ich habe mich vor der Aufnahme nochmal selber gemolken. Heute machen wir mal wieder einen Cup kleiner. Dafür dauert das Laden jetzt irgendwie ewig lang. Ja. Und dann gehe ich mehr Länge. So. Okay. Ich will nicht, dass es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Also wenn ich fluche, eine Minute stehen bleiben. Ja. Ich wollte gerade schon wieder das S-Wort sagen. Das S-Wort. Oh nein, da hat Inter-Corrupted-Dings-Booms. Inter-Corrupted. Inter-Corrupted. Inter-Corrupted-Dings-Booms. Oh, ist Bummi. Hallo. Das ist der Kettensegelmann. Ach, hier ist ja wirklich alles irgendwie belegt. Ach, weißt du, warum Gnu das macht? Warum? Damit sie Werbung bekommt. Damit das Video monetarisiert bleibt. Ja, ja. Genau, weil es ist eigentlich alles gelb. Das ist übel smart. Ja, Death by Daylight ist ja auch ganz gefährlich. Da passieren böse Sachen. Naja, hier sind böse Männer mit Kettensägen. Und der trägt das Gesicht von Mutti, der Typ, habe ich gesehen. Ich habe Röpf, by the way. Okay. Ja, Seth, zieh den mal ordentlich. Ist hier eigentlich irgendwo ein Generator mal frei? Ja, ich bin an einem dran. Sehr gut. Ich fummel da schon tief drinnen rum. Vorsicht, Kies, die Schwelle ist jetzt sehr schmal. Ja, was ist hier im Generator rumfummeln? Das ist ja cool. Darf ich an dir rumfummeln? Ey. Generator. Ich habe mit dem Generator geredet, mein Gott. Ich bin dem Generator. Ah, da ist ja einer. Jetzt sind wir alle drin. Ich helfe mal mit meiner Werkzeugkiste. Das ist jetzt eine Triple von mir. Schaut mal, wie schnell das geht, Leute. Seth lenkt den Ebenflag ab. Dann merkt man, der Mann hat wie viele Stunden, dass der Trinkster trinkt. Ja. Guck mal, hier drüben ist ein weiterer Generator, Freunde. Diesen können wir gleich anfassen. Aber hier ist auch ein Totem. Hat jemand die Totem-Fähigkeit? Nee, nee. Schade, weil es ist eigentlich mega. Achso, man muss zwei Gents reparieren, damit diese Corrupted... Nee, das geht nach einer gewissen Zeit, ja. Achso, okay. Ich versuche ihn zu retten. Jetzt, jetzt, jetzt. Gut. Ich gehe zu Seth. Du, komm mal wieder zurück zu dem Generator, da gegenüber ist nämlich einer. Wo? Wir zusammen anfassen. Okay, wo? Einfach wieder zum Generator, wo wir waren, zurück, dann stehe ich da in der Nähe. Okay. Ah, ich glaube, ich sehe es. Sag mal, wenn er bei euch ist. Oh ja, ich höre ihn. Ja, okay, ist bei ihm. Ist einer, hat einer, hat jemand Röv? Nee. Da kommt ein extrem alter Mann. Okay, ich sehe es, ja. Er kommt zu mir. Er will mich. So, Seth, wir machen jetzt hier einen richtig schönen... Gangbang. Oh je, mi, nee. Danke für den Sub. Danke für den Sub, Freunde. Herr, je, mi, nee. Was? Er danzt sich da durch. Oh je, mi, nee. Gut, er hat mich nicht gesehen, ey. Nicht fluchen, Freunde. Ich habe ja oh je, mi, nee gesagt. Wer hat geflucht? Oh je, mi, nee. Heute ist so eine richtige christliche Folge. So eine christliche Folge. Ist ein guter Titel. Ach, du heiliger Jesus. Er bringt mich in den Keller. Echt. Das natürlich, bitte. Nur holst du ihn? Ja. Gute Idee. Bei den Latschen von Jesus. Glaubt ihr, der hat Barbecue und Spice an? Barbecue und Spice. Barbecue, Barbecue. So, ist er weg oder campt er bei dir? Also ich höre nicht. Ich bin auf einen Nagel getreten. Siehst du ihn? Ja, er ist da, wo Seth aufgehangen wurde. Ich bin im Keller. Oder meinst du Kisi? Mir geht's nicht gut. Oh, Seth. Oh, und Seth. Oh, du kannst Kies sehr schnell holen. Der ist überhaupt nicht in der Nähe. Ja, ich komm. Geht jemand in den Keller? Ja, ich hol. Ich weiß. Hast du eine antibakterielle Salbe dabei? Ja, ich reibe dich ein. Das ist ein Desinfektionsgel. So. Mach ein Desinfektionsgel. Ich reibe dich gleich ein damit. Komm, reib mich ein. Oh ja, so ist gut. Weißt du, keine Ausdrücke, aber Kornsexual. Das sind Geräusche der Linderung. Kann ich immer noch aussprechen. Oh nein, er kommt. Ja. Oder? Nee, ich hab nur einen Herzschlag. Nee, er ist an mir dran. Da ist ein Generator auf, direkt da oben, ne? Ja, er kommt. Ey, Bubi. Na, Süßchen. Komm her. Süßchen. Mein Schöner. Macht jemand Jens? Ja. Sehr gut. Ich mach auch. Er will mein Blut. Ich glaub, der Typ hasst mich. Was hab ich ihm angetan? Macht jemand Jens? Ja. Ich mach auch grad Jens. Nee, den komm ich nicht. Der klingt an mir. Meiste. Boah, es kippt. Oh, T-Store muss nur noch sterben. Oh, es tut mir so leid. Der klingt so richtig hart an mir. Ich versuche nicht, mich zu wollen, guys. Jetzt muss ich wirklich undercoveren. Okay. Und zwar modular. Ich glaub, der wird halt jetzt gleich hierher kommen, weil ich hab einmal auslösen einen Fehler gemacht. Ja, hab ich's gesehen, Blue. Es tut mir leid. Das kann ich dir auch flimmer und ewig vorhalten. Pfff, was war denn das? Es gibt ja jetzt hier auch ein neues Wiggle-System. Habt ihr das drin? Ja. Neues Wiggle-System. Kannst du natürlich auch lassen. Aber wären die alle sehr verbunden. So, Keys. Jetzt muss ich deinen Sohn wieder retten. Rette mich, Sohn. Es ist wie, als wenn du alt wirst. Dann muss ich mich um dich kümmern. Ja, musst du auch. Deswegen hoffe ich auch, dass der Kanal endlich mal erfolgreich wird. Vergiss es. Leben her. Ich bleib jetzt, äh, zwanghaft irrelevant. Nein, du musst doch die Familie ernähren. Ne, ich vergiss es. Das ist die ganze Hoffnung. I got the keys. Ne, 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 ne. So. Ich hab hier einen guten Gen, der ist schön abgelegen. Den machen wir jetzt. Also geflucht. Die Fluch-Bilanz ist. Seth hat einmal geflucht. Was? Echt? Ja. Was hab ich gesagt? Das F-Wort. Ja. Oh. Und zwar richtig schmackes. Ne, jetzt musst du nicht mehr stehen bleiben. Das musst du dann direkt danach machen. Ach so. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Du musst das direkt sagen. Haben wir doch. Wir alle so. Ich bin in deiner Nähe, Sohn. Ich bin in deiner Nähe. Mich hat es erwischt. Auibaui in mein Mauli. Auibaui in mein Mauli. Ich hab einen zur Hälfte fertig. Das stimmt nicht. Was soll denn das immer? Dein Auibaui tut weh. Mein Aua-Bubu. Was soll denn das immer, was der hier macht, der... Jetzt 20, äh, Sekunden stehen geblieben ist, darf ich jetzt... Aua-Bubu. Ich hol Sterzyk. Aua-Bubu. Ich muss sein Bubu küssen. Wo ist der, Dude? Ist ja immer noch hier bei dir in der Nähe? Nee, nee. Ich werde, glaube ich, verfolgt. Ja, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Ach, nein! Warum? Ich bin ins Tod. Lauft, 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 lauft! Bitte heilen Sie mich. Ja, komm hier. Sterzyk. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Sehr gut, sehr gut. Ihr siehst doch aus wie so ein richtiger Surfer-Board sind jetzt. Ich lebe, der ist mehr nach dem Punkt. Vorsicht, der kommt zu euch. Oh, oh. Sterzyk. Wenn, dann musst du. Ne? Ich könnte, wenn ich Knu abhänge, könnte sie auch einen Hit... ...wegstecken. Kann sie elektrik machen. Ich hole Knu, ich ziehe ihn weg. Scheiße. Okay, Sterzyk, du hast geflucht. Ja, stimmt. Aber ich bin eh da. Darf sich trotzdem eine Minute nicht bewegen, auch nicht wiggeln, ne? Vorsicht, er sieht dich gleich, der läuft gerade... Oh nein, er hat uns jetzt wirklich alle gleich. Nein, nein, nein. Kann jemand Störsen holen? Ah, nee, er holt jetzt... Er holt jetzt Störsen, du kannst mich runterholen. Darf ich wirklich nicht gehen? So was von runter! Okay, doch nicht. Kann jemand schnell Störsen? Ich bin wieder aufgestanden. Ich bin wieder aufgestanden. Okay, ich... Ich kann dafür sorgen, dass du einen Hit aushältst. Super. Oh, ich stehe ja weg hier. Oh je, Miné. Oh. Ich bin leider... The Rode wurde erwischt. Hit. Aber ich bin aufgestanden mit meinem tollen Perk. Sehr gut. Das habe ich auch noch. Boah, wie ich rumschrei. Aufraffen. Soll ich mal Zef holen? Ist der bei dir in der Nähe? No, no, no. Oder wir heilen uns erst mal. Oh, was für ein Peck. Ich hole kurz Zef. Ich bin quasi direkt in die Arme gelaufen. Ich bin raus. Ich bin tot. Oder wir heilen uns kurz. Ich versuche mit dem Killer in die Freundschaft zu machen. Killer, hey, hey, Kumpel. Der versucht, er uns mit der... Nein, komm, wir können Freunde sein. Okay, schnell heilen, heilen, heilen. Oder der ist ja gerade eh bei Kies. Ich bin tot. Ich kann nur noch zugucken. So. Räche mich, mein Sohn. Räche mich. Endlich Erbe. Ey, dieses Massenrumengestöhne da. Die haben mega die Orgie hier. Komm, ich darf mich nicht immer als erstes. Wir müssen schnell voneinander weg. Operation Opferlamm oder sowas. Aber warum müssen wir voneinander gehen? Boah, nicht da in die Ecke. Da muss nischt. Oh, scherzig. Oh, der Überleber einfach. Guckt euch den alten Mann an. Der rüstig auf seine alten Tage. Das ist ein Bill Cosby-Pullover. Deswegen ist er so rüstig. Der Kind hat Angst. Er hat mich in Ruhe gelassen. Echt jetzt? Ich hab ihn gejukt, dass er besser weg... Woll ich wirklich? Muss ich noch? Nein, bitte nicht. Ich hab mich geduckt und hab mich nicht getroffen. Wusstet ihr, wenn man sich duckt, dass der nicht trifft? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt. Nein. Das ist eine absolute Jürgen. Ich hab die Regeln verletzt. Was ist meine Strafe? Oh, Mann. Ich wollte ihn nicht gehen. Verdammt. Ich glaube... Das ist einfach... Das wird nix. Du bist unschuldig, schlatscht hinter einer Ecke. Oh, yeah. Ich werde geheilt. I'm sorry. Sollen wir schnell den Jend da hinten machen, oder macht das keinen Sinn? Ich weiß nicht. Ich glaub, wir haben uns ziemlich hier gej... Three, four, five Jend oder so. Wir haben sehr viel auf der einen Seite gemacht, aber... Sieht den einer von euch? Nee. Also, auf der Jenseits-Cam seh' ich nichts. Die Jenseits-Cam. Wo bist denn du grade, Sterzig? An nem Gin. Aber er hat mich gesehen. Ich bin's fasziniert, wie bei Sterzig halt auch immer die Kippe sitzt, ne? Und da auch unter Extremsituationen die Kippe sitzt. Okay, mach mal fertig, Gnu. Ja. Mach mal den anderen. Rufig. Ist er noch bei dir, Störsi? Ja. Gut, lenk ihn ab, lenk ihn ab, lenk ihn ab. Wir haben gleich einen fertig. Du könntest dann herkommen, Gnu? Ja. Der Mann hat Angst vor der Palette? Sehr gut, Sterzi. Och, kacke. Oh, oh. Störsi, nicht fluchen. Darf sich jetzt eine Minute nicht... Eine Minute nicht wickeln und gar nix, ne? Scheiss. Nein. Jetzt zwei Minuten. Das ist aber voll. Oh, oh. Das ist eine unintelligente Challenge. Gnu, bist du fertig langsam? Oh, ja. Jetzt. Ich renne. Ich muss kurz weg, weil der kommt jetzt zu mir. Ja, ja, ich hau ab. Ja, aber wenn jetzt Sterzig vom Haken geholt wird, müsste er zwei Minuten an dem Haken rumstehen. Genau. Ja, macht ruhig. Macht ruhig dahin. Lass mich zurück. Oh, oh, wo ist er denn jetzt? Ihr könnt ihr Sterzig quasi gar nicht mehr retten. Oh, oh, oh. Wo ist er denn? Ich glaube auch nicht, wo der Kinder ist. Oh Gott. Ich hol dich schnell, Störsen. Alles gut. Ich bin gespannt, ob Sterzig nicht stehen bleibt. Ich habe schon aufgegeben. Nein, Störsen. Stimmt eigentlich. Ich sehe das Licht. Nein, Störsen. Ich sehe das Licht. Störsen, ich hol dich jetzt. Nein, 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 nein. Du siehst das Licht nicht. Kämpfe dagegen an. I'm gone. Ich sehe das Licht, Gnu. Nein, Störsen. Das Licht ist hell. Nein, es ist nicht. Es ist hell genug. Nein, Störsi, warte. Ich habe dich. Ich fühle mich geborgen. Nein, jetzt willst du dich geborgen. Es ist okay. Er kommt zu euch. Er lässt mich, er hat mich gedroppt. Okay. Ich weiß nicht warum. Jetzt kommt er wieder zurück. Er hebt mich auf, aber... Mach schnell einen Jen. Wir machen schnell irgendeinen. Egal welchen. Was? Aber vielleicht nicht hier, oder? Na, weil er mich gedroppt hat. Doch, okay. Ach so, okay. Ja gut. Was ist das für ein Turbo Wiggler? Sehr gut. Das ist jetzt die letzte Chance, die wir schaffen können. Keiner mehr. Bitte fluchen. Zusammen an einem Jen. Ich darf fluchen, ne? Ja. Scheiße, Dreck. Keine Werbung. Abonniert Kies. Abonniert mich. Das ist der schlimmste Fluch. Nein. Geht auf meinen Kanal. So, es stört. Keine Fehler jetzt. Konzentration. Jetzt müsst ihr echt hart durchziehen. Ja. Letzte Chance. Dann könnt ihr doch versuchen, Killer. Wir ziehen durch. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Er kommt jetzt bestimmt. Der hat Barbecue und Chili an. Du rennst jetzt. Du rennst jetzt in die Richtung. Okay. Geh du nach links. Ich geh jetzt hier hin. Geh du. Du gehst rechts. Ich geh links. Okay. Er kommt zu dir weg. Nein. 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 Okay Kree. Störsen. Störsen. Hau ab. Nein. Störsen. Ich hab das mir erzählt. Störsen. Mach auf. Mach auf. Ich häng jetzt schon. Störsen. Das schaffst du nicht mehr. Störsi versteck dich. Ich versteck dich Störsi. Ich versteck mich. Such die Luke. Such die Luke. Kannst dich in die Luke rein. Wenn du gewinnst hat das Team gewonnen. Oh Gott. Das ist jetzt blöd. Lass das Fenster nicht auf. Lass das Fenster nicht auf. Ich habe mich geduckt. Und du warst im Moon. Also. Ja. Barbecue gehabt. Ja. Wusste genau. Ein finales. Scheiße. Nein. Verdammt. Aber hey. Wir haben nur zweimal geflucht. Immerhin. Ich ein paar Mal mehr. Aber. Wir haben aber trotzdem immerhin nur zweimal geflucht. Das finde ich ist doch. Ich habe mich immer gemutet wenn ich geflucht habe. Ja. Das ist natürlich eine gute Idee. Ja. Das könnte mich jetzt ganz besonders anstrengen. Was bedeutet der Kuchen? Ist das nicht vom Halloween Event für mehr Erfahrungspunkte? Ja. Ist so ein EP Kuchen glaube ich. Ein EP Kuchen. Den esse ich besonders gerne. Die Blutpunkte. Ein EP Kuchen. Das war geil damals Halloween. Da konntest du so schön hochgrinden. Hat sich das dann nicht irgendwie wieder relativiert nach dem Update? Ne. Das ging richtig ab. Ne. Das ging richtig ab. Blutpunkte. Blutpunkte konntest du richtig schön hochgrinden. Bei Halloween. Ich liebe Halloween. Das ist mein Lieblings Event im Jahr. Meinst du auch? So toll. Ich finde es so schade, dass es in Deutschland nicht so ist, dass überall draußen Kühe leuchten. Und zwar richtig viele. Kommt darauf an wo du herkommst. So Ami Regionen. Ja. Deswegen meine ich ja. Da würde ich es mir wünschen. Aber es ist ja in Deutschland nicht so. Bei uns schon. Bei uns ist Halloween sehr hoch angesehen. Bei den ganzen Soldaten. Oh das ist süß. Aber wir sind jetzt auch in der neuen Runde. Wer jetzt flucht, kriegt einen auf den Sockel. Ich werde nicht fluchen. Ich sag am besten gar nichts. Best to be safe. Die No Talk Challenge. Oh. Richtig spannende Runde. Wollte ich euch mal sagen. Oh nein. Oh nein. Warum der? Den hasse ich am allermeisten. Von den Grinden wir hoch. Der hasst dich auch. Wer ist es? Oh ich glaube der kommt. Der hat mich wirklich. Der ist schon hinter mir her. Okay dann bring ihn nicht zu uns. Oh der hat kleine Spielchecks. Was ist genug? Ja der hat mich 100% weil der ist erbarmungslos. Doktor erbarmungslos. Ich sag auch noch Vorsicht und dann verschärfe ich das Ding auch noch selber. Großartig. Kees halt ihn auf Trab wir haben es gleich. Versuch es aber der ist nicht schlecht. Ist er oben oder unten? Das war auch von der Box. Kann sein dass ich ihn los bin. Großes kleine Spielchecks. Er ist auf jeden Fall unten gewesen mit mir. Jetzt ist er aber weg. Oh der ist weg. Wäre gut gewesen zu wissen. Oh der ist oben. Okay jetzt müssen wir abhauen. Er tritt gerade den Eingang durch und geht jetzt glaube ich wieder nach unten. Ja jetzt kommt er. Also ich höre auf jeden Fall doch. Hier kommt es genug. Oh nein. Boah ich gerade an mir vorbeigejobbt. Hallo Chris. Oh nein der ist das. Oh Gott der ist ja schrecklich. Ich finde das der schlimmste Killer. Ja der ist wirklich schrecklich. Weil der so nervig ist. Ja der ist echt anstrengend. Was bedeutet das jetzt? Wo ist der? Ich weiß es nicht. Ein Zahnarzt ne? Ist ja immer schlimm. Ja Zahnärzte. Zahnärzte. Gott wer mag sie schon. Einfach die Wehknurfsstrategien hier. Einfach weiter rennen. Oh Killer. Warum immer ich? Okay. Oh die sind jetzt ja richtig gemein die Chills. Warum sind die so kurz? Die Chillsills. Die Chillsills. Warum sind die jetzt so klein? Ey er schreckt mich doch nicht so von mir. Warum sind die jetzt so klein? Nein. Das ist wirklich gemein. Ja der hat einen Perf. Sobald du einen Temporadius bist. Das sind kleine Scalechecks. Jetzt kommt der wieder ne? Der lässt mich aber auch nicht los. Jetzt ist er weg aber. Der hasst mich. Killer hassen mich irgendwie. Immer den gutaussehenden zuerst. Ist der oben oder unten? Der kommt hinterher. Immer die gutaussehenden zuerst. Vorsicht der schockt. Oh der ist ja wirklich hinter mir. Wie er schreit auf dir. Ich geh in den Schrank. So. Ausgedrückt. Das ist ja wirklich schrecklich. Er ist hinter mir. Abhören. 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 Oh ich hab mich jetzt beruhigt. Wo ist der denn? Hinter mir. Okay. Okay sag wenn er nicht mehr hinter dir ist. Bist du unten oder oben? Ich bin erst hinter mir. Schnu. Geh weg. Geh weg da. Er kommt. Gerade unten im Garten by the way. Ich kann ihn ne ganze Weile beschäftigen ja. Er ist immer hinter mir. Ihr müsst aufpassen. Er ist hinter mir. Okay er hat abgelassen. Oh Gott. Ja der war sich gerade nicht so sicher. Okay. Ich habe einen Gen gemacht. Ich habe keinen Schimmer wo der ist. Kann mich irgendjemand eventuell ein bisschen massieren? Er ist hinter mir. Ja. Ich hab so einen verspannten Nacken. Ich bin im Garten. Ich halte einfach den W-Knopf. Ist er oben unten oder wo ist er gerade? Er ist hinter mir oben. Okay. Ey das ist so nervig mit diesen kleinen Skill-Checks. Ja Mann. Noch Skill-Checks. Passt ja. Ich komme jetzt in die Mittel. Geh jetzt runter. Ich bin bei den Ketten der Leidenschaft. Also falls du mich da anpassen willst. Ist er noch unten? Ja er ist hinter mir immer noch. Er ist nicht mehr hinter mir. Bei den Ketten. Boah es ist anstrengend. Bei den Ketten der Leidenschaft fass ich dich gerne an. Na Leute. Ich weiß ich weiß. Was ist denn da los? Ganz normales Vater-Sohn-Ding. Äh Gnu kannst du den Gen den wir als erstes gemacht haben weitermachen? Ja. Ketten der Leidenschaft. Ich bin halt nur verwirrt weil mein Herzchen schlägt halt die ganze Zeit. Oh er steht hinter uns oder? Ne ist nur ein Fake. Ist auch Fake. Oh er kommt noch da an. Ich kenn halt den Killer nicht. Man weiß halt gar nicht mehr wann ist er da und wann nicht. Ja das sind seine Addons. Der ist doch viel zu OP. Ne der ist halt einfach nervig. Eigentlich nicht. Ja toll der 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 Ding ist schon komplett unten eigentlich. Der Gen den wir gemacht haben ist schon komplett unten wieder. Ich habe irgendeinen Toten gefunden. Ja aber du weißt es aktiviert ne. Boah ist es anstrengend mit dem. Wie kriege ich denn diese äh Angst und Panik weg? Du kannst dich selbst beruhigen wenn es voll ist. Ja du kannst dich nur beruhigen wenn es voll ist. Dann musstest du aber so einen roten Fleck die ganze Zeit auch da haben. Das habe ich ja schon gemacht. Oh Sterzig da hat er wieder gefliegt. Ja. Ja stimmt. Scheiße. Das Ding ist der hat diese Königin. Das heißt wir schocken alle. Ich muss stehen bleiben es tut mir leid. Ich habe leider gefunden. Ich habe leider gefunden. Und seinen Schmodder Maul. Ach Störsi. Oh man. Mensch. Das ist wieder hier der neue Einfluss für unsere heranwachsende Generation. So. Die Enteutung ist grenzlos. Und es geht nicht weg. Oh mein Gott. Wenn es voll ist dann kannst du dich irgendwo hinschauen. Ja aber bei mir ist es dann nicht weg gegangen sondern es kam halt immer wieder. Dann kannst du dich selbst befrieden. Dann geht es dir wieder gut. Ja das mache ich ja gerade. Ich beruhige mich. Aber das heißt ja trotzdem nicht dass dieses Frisseln weg geht. Mach mal bitte irgendwas. Jens oder irgendwas. Mich nicht da crutchen. Ich hole dich jetzt da unten. Ich komme eh nie raus. Ist er weg von dir? Ich könnte da mit Jen machen. Aber ich werde meistens von dem verfolgt. Sehr gut. Also er ist weg unter mir. Genug ist du. Sonst gehe ich gleich. Ja. Oh Gott er ist hinter mir. Geh du. Ich sehe ihn oben. Ich gehe. Und den. Oh mein. Und den. Pudi. Auch wieder oben auch. Und den. Er will mich. Jetzt aber schnell. Jetzt kommt er in Phase 2. Vorsicht. Oh jetzt hat er uns beide ne. Mehr als einen Hit kann ich nicht denken. Mami. Mami. Ja ich bin in Phase 2. Ja ich weiss. Wollte gerade aber da kam. Der kam ja ziemlich der Leiden gehabt. Ich hab ähm... Oh Mann! Alter, was ist denn jetzt hier los? Ich hab Deliverance, by the way. Man schafft ja gar keine Gents. Ich kann mich halt selber vom Haken holen das nächste Mal. Das ist wirklich der anstrengendste Killer, den wir eigentlich seit langem hatten. Also ich kann mich an keinen erinnern, der so anstrengend war. Also wer jetzt eigentlich OP ist, ist die Nurse. Die ist richtig OP. Echt? Wenn du die gut spielen kannst, ja. Ich finde vor allem auf der Map ist der Killer, den er hat, so krass overpowered. Ja, ja. Der auch durch die Etagen geht. Massieren? Oh, okay, ihr seid da. Ich bin oben am Gen. Ich kann dich nicht massieren. Der ist hinter mir. Ich kann dich nicht massieren, du musst dich erst beruhigen. Ich muss da auch snappen, warte. Ich bin bei Hälfte bei einem Generator. Okay. Ich kann mich selber vom Haken holen. Ihr müsst also nicht kommen. Ich muss noch warten, bis er weg ist. Okay. Oh Gott, jetzt kommt er wieder. Jetzt wird der Skill-Check kleiner. Nein, er ist immer noch da. Okay. Er ist immer noch bei mir. Wiederauferstehung habe ich gerade als Geschenk erhalten. Das freut mich aber. Nice. Okay, ich höre ihn. Oh, ich bin bei ungefähr so, ja, 90 Prozent. Irgendjemand höre ich. Wer ist das? Oh, okay. Der ist direkt neben dir, Chris. Oh, jetzt muss ich mich auch beruhigen. Richtig ätzend. Oh Mann, ich hätte sogar mal wieder... Ich finde auch keinen Gen gerade irgendwie. Ich hasse diese Map. Jaja, ist furchtbar. Boah, der Gen da oben ist so gut wie fertig. Der ist wirklich bei 95 Prozent. Der muss nur noch einer antreten, da ist der durch. Einmal gegenknuffen. Ja, musst jetzt aufpassen. Ich bin gleich... Wenn ich hier weg bin, dann mach ich den gleich. Wenn du dich, dann mach ich den fertig. Ja, genau. Aber ich muss warten, bis ich mich hier deliveren kann. Hallo. Na, was geht's so? Ach du! Warte, ich guck mal, ob ich den machen kann. Ist der oben oder unten? Wieder schöne Malboro im Mund, ha? Ja, ich wollte es dir eigentlich schon vorhin sagen, aber... Ich bin wieder am Kettenrauchen, also... Ja, hört man leider schlimmer. Irgendjemand gehen, Mau. Der ist hier oben. Also die Jams, die hier seh, sind alle fertig. Na, wenn der Seth den oben fertig macht... Ich kann grad nicht. Wo ist denn der? Ich find den halt grad gar nicht. Da, wo Seth gehangen hat. Direkt da in der... in der Ecke. Ich bin da. Okay, er ist weg. Der Sterzig, raus aus dem Gang, okay. Da ist nämlich noch ein Jams. Aber ich weiß nicht, irgendjemand wird grad gejagt. Sterzig, du? Ja. Ich hab ihn sowas von verarscht, das war ja legendär. Und stehen bleiben. Er ist wieder bei mir. Ich hab die Fresse hier schlau'n! Na, na, na! Und stehen bleiben. Wirklich? Fresse ist ein Ausdruck? Komm! Ja, natürlich! Außer du sagst, der hat zig Seifen fresse. Dann wär's cool wieder. Ich hasse den. Ist der hinter einen von euch? Gerade bleib ich stehen. Das ist wirklich sehr konsequent. Ja, zum Glück hat er abgelassen. Der Generator oben ist ja immer noch so gut wie fertig. Also ich bin jetzt hier wieder an einem dran. Ja, ja, er ist immer noch fertig. Ich glaub, er hat ihn wieder getreten. Deswegen hat er auch von mir abgelassen. Ich geh da gleich wieder hoch. Ich weiß noch nicht, wann ne Minute vorbei ist. Ich hab jetzt hier wieder einen so bei 40%. Da, wo ich eben grade mit Schnerzig war, im Gang. In diesem Hauptgang. Ich seh irgendwen da im Gang. Macht jemand einen Jam. Oh nein, er hat mich! Nein! Ah, verdammt! Wieso konnte ich den nicht drücken? Ich hatte ihn fast gehabt. Ach komm, ey! Der sitzt jetzt nur bei... Nur um 70%. Ohhhh. Fackst du mich verheilen, dein Kies? Ja. Der macht wirklich ganz klar. Kleine Killchecks. Heilig dich erst. Es ist so schwer, nicht zu fluchen. Ja, jetzt schlägt der auch noch gegen mich. Das kommt ja garantiert zu uns. Nee. Wer weiß nicht, wer wo ist. Ich renne hoch. Lass uns beide hoch zu unserem Genren. Das muss er auch machen, weil ich hätte... Der macht den Röscher erst fertig, alles gut tanken. Oh mein Gott! Äh, genug ist unten. Ja. Ja. Achso, ich dachte, die soll jetzt bei dir. Äh, ja. Nach dem wieder... Vorsicht, der ist gerade bei mir, der ist bei mir. Vorsicht. Okay, wenn er bei ihr... Shit. Der tut gerade so ein bisschen campen. Der campt, absolut. Ja. Der campt, der campt, der campt zu 100%. Ich glaube, der will dich jetzt aus dem Spiel rausnehmen. Ja, weil er merkt, der verliert. Ja, absoluter Camper. Also... Okay, der sterzt sich dann... Also vergesst es, der campt hier. Geh schon mal zum Tor. Geh schon mal zum Markt. Mach alles fertig, der campt. Wir machen den ja gerade fertig halt. Ja, er campt, er campt, er campt. Nicht mich holen, nicht mich holen, er campt noch! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. And when a hero comes along, Störsen hat sein Leben für mich aufgeopfert. Boah, das ist nicht... Immer, Gnu. Immer. Das ist einfach nur so süß. Oh, Störsi, Störsi. Ja, so bin ich. Gentleman, wirklich. Wirklich Gentleman. Wie sein Vater. Oh, Störsi. Wie sein Vater, genau. Oh, der nervt so hart. Mach weiter. Ja, ich kann nicht. Nein. Geh du ran. Geh raus. Es ist so extrem stressig gerade. Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. So, wo ist der jetzt? Wo ist der Ausgang? Der ist hinter mir. Geh zurück. Bist du da? Ich bin unten, ich muss hoch. Ja, ich muss gucken, wo die Treppe ist. Habt ihr schon... Achso, es ist noch gar... Achso, ich brauche noch einen Jen. Äh, Gnu, du musst dich... Du musst dich genesen. Okay. Gnu, du fällst gleich oben schnell. Sonst bist du gleich... Ja. Rein, bleib stehen und genieß dich. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich habe meine Erdbeerwoche. Wo ist der Killer denn jetzt? Der bei dir ist ja... Alle. Achso, ich hab' da noch einen Jenny? Hier, wo ich bin, aber der Killer ist bei mir. Campt der dich? Aber er ist halt hinter mir. Naja, den Jen, der gleich fertig ist. Er ist nämlich nicht hinterher gesprungen. Ich fange schon mal einen anderen an, wegen Druck. er ist nicht hinterher gesprungen was weil er den jen kickt ha ausgeträgt ok er ist unten ich hab keine Ahnung wo er hinreift geh wieder hoch an den jen du sollst auch an den jen er könnte jetzt wieder hochkommen ich weiß halt nicht wo noch einer ist unten im gang ich hör jetzt wieder Heartbeat ja ich auch ich passe diese fake paletten ja ja furchtbar was ist das für ein skill check ich gehe so weit wie möglich weg von dem jen ich gehe wieder ran wo ist er denn ist er unten er lässt sich nicht wegziehen er ist unten bei mir er geht zurück er geht an den jen jetzt oder was bei mir oben er war bei mir er geht zurück zu eurem wir müssen Druck machen auf alle ok ja ich glaube er kommt zu mir bin weiter am jen also er ist oben bei meinem ja immer weiter Druck machen der weiß dass ich hier ran bin er sucht mich ah er hat mich misst aber ich häng zum ersten mal ich kann mich auch selbst hoch lupfen wo ist hier noch ein jen ich find keinen oben über meiner leiche ist ein jen komm zu mir lauf zu mir Kno kämmt er dich ne ich lieg hier du kannst mich hochheben er ist bei Seth ok ich komm dann können wir uns doch direkt heilen er kommt zu euch bleib weg bleib weg ah Mist Palette geht zur Palette geht zur Palette jetzt sind wir der Palette irgendwann Problem ist ja bald gerade auch diesen diesen nervigen verrückten Schaden dass ich gerade gar nicht weiß wo ist er er hat mich gedroppt er hat keinen Haken muss mich mal kurz beruhigen weil ich weiß gerade gar nicht ob der hinter mir ist boah das ist so anstrengend ey ok jetzt fehlt noch nicht dabei ich bin doch hier drin dabei ok ich hol dich liegt bei der Palette also wenn er mich greift kannst du auf die Palette schlossen aber er ist gerade eh bei Seth ne er kommt so ja mach hin genug schnell 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 beeil dich beeil dich beeil dich ich bin voll gehalt nur anfassen ab wir müssen wir müssten uns alle mal resetten was heißt es ihr schafft das ja irgendwo heilen irgendwo in ner Ecke heilen äh ne er ist so an uns dran jetzt könntest du halt dass wir mich einfach hatte ich hatte jetzt geht oder jetzt bei mir jetzt kommt es euch hier kommt zu euch ich bin quasi schon wieder voll dann holen sie vergessen ist so voll ja deswegen holen ihr schafft es nicht drückt ich drück gar nichts okay jetzt hänge ich und bin dead oh gott ist es so anstrengend das ist wirklich heftig ich müsste mich halt mal beruhigen kommt noch nicht dazu wenn du ihn hörst ist er bei dir also in kleiner nähe er hat dich ja gerade geschockt oh gott die skillchecks ausgetrickst aber das bringt auch nichts mehr er ist direkt hinter mir selbst vielleicht findest du ja die luke kommt halt so nix weil die skillchecks jetzt halt so gut getimt sind er ist auch weggegangen er holt mich nicht er sucht dich hat wahrscheinlich angst dass du jetzt ein gen machst klick oben bin schon dabei mich zu recover ich bin schon wieder bei der hälfte das wäre halt episch was für eine ewige runde das auch jetzt ja naja weil der halt alle will ganz schön besessen ist er also bis jetzt sehe ich ihn bei mir nicht hoffentlich zählt er nicht irgendwo das wäre blöd oh nein ist er bei dir ja jetzt nicht mehr ich bin gerade an ihm vorbei gerangt ihr rasiert leute ich gehe nach oben ich gehe nach oben sauch ich komme ich komme nicht dazu mich irgendwo man kommt halt nicht zum heilen und zum beruhigen so der hat wirklich eine da steht er ja kommt ich bin der w-knopf warrior okay ich bin oben am gen ja der ist ja wieder quasi bei null er kommt langsam zu mir nein zu mir oh er hat mich nur ich bin dran aber der ist der ist wieder quasi bei null versuch ihn wieder runter zu locken ich bin oben an unserem wo wir vorhin waren er will halt echt n' Seth ne nee er will uns alle der ist bei mir heil dich Seth kann ich oh er ist aber echt hartnäckig der agenda oben ist auch noch zu weit weg der ist jetzt vielleicht bei 30 Prozent ja ja ich bin bei einer Palette ich bin bei der Hälfte jetzt ich bin jetzt bei der Hälfte 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 ausreichen. Barbecue. I'm back. Yes. Sehr gut. Das ist extrem spannend. Ich muss mich unbedingt irgendwo beruhigen. Ich will nicht schlecht wieder nach oben zu gehen. Ich gehe in den Keller und guck mal ob da ein Ding ist. Er ist nicht bei dir? Ne, ist nicht bei mir. Ich versuche in den Keller zu gehen und guck mal ob die irgendwo ein Kasten ist. Nö, ist alles weggelootet. Und heilen bringt nichts, Seth. Ich kann mich nicht heilen, mein Net gibt es alle. Achso, sieht aus, war es voll bei mir. Wir müssen uns irgendwo treffen zum Heilen halt. Boah, die Skillchecks sind so klein, das ist so gemein. Boah, das ist so, oh nein. Ja, er hat halt karmale Struktur. Aber gut gemacht, Sethi. Und der Kisi läuft ihn in die Arme, oder? Weiß ich nicht. Ist er bei dir oder ist er wieder weg? Ah, ich habe ihn gesehen. Ich bin unter so einer Palette und zur Hälfte. Drei Viertel. Er kommt drunter. Ich bin oben. Ja, er ist hier direkt neben mir. Vorsicht, er schockt. Okay, ich bin voll. Ja. Ist er immer noch bei dir? Ja. Wo bist denn du? Ah, ich sehe. Über dir. Über dir. Er ist immer noch unten, by the way. Guck dir in die Schränke. Boah, hier oben ist noch eine Kiste. Ne, diese Runde zieht sich aber auch. Also. Ja. Komm schon. Ich versuche nicht, noch nicht, noch nicht. Er guckt nach oben. Er schockt. Weiß er, wo du bist. Ja, muss erst mal hochkommen. Ist er bei dir? Ja, ja. Er guckt nach oben. Er weiß, wo du bist. Ja, mach den Gen. Oh Gott, die Skillchecks sind die Hölle. Ist er immer noch bei dir? Ne, er kommt. Ich würde sagen, er kommt hoch. Run, 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 run. Er macht sich halt doch selber. Oh nein, er kam von hier. Renn, run, run, run. Ich habe halt auch noch nicht einmal gehangen bis jetzt. Was macht er denn jetzt? Was macht er denn? Keine Ahnung. Er kriegt mich nicht an Dingen, an Haken. Hä? Ich reparier hier oben den Gen. Weil die, die ja hier abgabend machen. Ja, Leute. Ist aber wahrscheinlich wieder bei dir, ne? Ja. Oh Gott. Ey, das geht's nicht. Wir müssen irgendwie, also bei irgendwem ist er halt immer. Wir müssen uns halt heilen irgendwo. Ich bin gerade dabei, mich zu heilen. Übel nervig. Oh mein Gott, das reicht nicht. Oh Gott. Bin zu nem Drittel. Ja, ich habe ihn im Nacken. Ich habe gerade erst gemerkt, dass meine Cam über den ganzen Sachen drüber ist. Ah, Idiot. Es ist nicht so spannend, ich halte das nicht aus. Der gewinnt, der gewinnt. Das ist einfach. Ja. Nochmal gestunt. Sehr gut. Sehr gut, wenn du es noch bis zu mir schaffst. Aber selbst bitte grünerst. Sehr gut, wenn du es noch bis zu mir schaffst. Krieg ich das nicht hin. Und hier schaffe ich es wahrscheinlich noch. Time to. Nein. Ah, okay, hier ist noch ein Loch in der Wand. Ab und zu weiß ich nicht, wo Löcher sind und nicht, weil die random sind. Oh Gott. Da ist die Luke, oder? Da war die Luke. Hast du es gesehen? Ja, die Luke ist nicht da. Ne, ne, die ist nicht da. Die kann doch nicht kommen. Verdammt. Die Luke spawnt nicht. Sie spawnt nur, wenn einer tot ist. Nein, okay, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Shit. Er macht uns aber auch echt das Leben zur Hölle. Weißt du was? Weißt du was? Blute mal bitte aus, kiesisch euch. Blute mal bitte aus. Ne, weil sonst geht das nur noch drei Stunden. Das wird nicht. Ich heil dich jetzt nicht. Ich guck mal, ob ich die Luke kriege. Ist jetzt zwar ein bisschen selbstsüchtig, aber du bist eh gleich tot. Das Ding ist. Naja, naja. Naja. Der nächste Teil. Ich will nicht, dass er alle Kills kriegt, weißt du. Ja. Das ist die einzige Chance, die wir... Weil der hat sich jetzt so für angestrengt und wenn er das nicht kriegt... Stimmt. Das gönne ich ihm jetzt eigentlich auch nicht. Ey, der hängt mich nicht auf, der Arsch. Der hängt mich nicht auf. Warum? Wir können uns beide. Echt? Ja. Das ist ein blöder Blödmann. Ist er bei dir noch? Ne, ich bin jetzt in der Mitte. Bist du am Reparieren gewesen? Ne. Der Killer lässt uns nicht gehen! Der lässt mich nicht gehen, weil er uns beide haben will. Dieser kleine, gierige... Kacke. Ich könnte jetzt halt versuchen, wieder zum Gen zu gehen. Ähm... Ich hör den nicht. Ich hör den auch nicht. Warte mal, warte mal. Wir laufen jetzt direkt parallel quasi. Ich oben, du unten. Lass uns mal an der Treppe treffen. Lass uns mal reset. Komm mal hoch, komm mal hoch, komm mal hoch. In oben? Ja, komm mal in den Raum rein. Link, rechts. Ja, ja, ja. Lass uns mal heilen. Komm mal her, komm mal her. Bist du. Schnell, hier! Hier. Eben gerade vor mir, hinter mir. Es gibt sich diese Skillchecks. Das war nicht gut, das war nicht gut. Diese verdammten Skillchecks. Die... Kannst gar nicht sich halt drücken. Das ist halt echt mies. Bad. Ja, wenn... Der leere auch der Zahnarzt ist. Das ist echt mies. Okay, ich hoffe, die werden jetzt mal ein bisschen humaner. Oh no. Ja, aber hängt mich eh nicht auf. Komm, lass mich ausbluten. Wiggle nicht. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, wiggle nicht. Stufenfolge hier. Oh. Ich meine, der kann nicht auch droppen so, aber... Shit. Die... Das Ding ist, auf der Karte findet der uns halt auch immer wieder so. Ja. Ja, klar. Ja, und die Skillchecks. Also das ist halt echt... Ja. Er hängt mich nicht auf. Er läuft jetzt zu dir. Aber du verbotest doch eh gleich, oder? Wir sind uns beide. Solange ich auf der Schulter bin, nicht. Ach so. Oh Mann, ey. Ja, ja. Oh Mann. Ja, ja. So lange kriegt er mich aber auch nicht. Oh mein Gott. Ey, was ist denn los mit dem? Der ist halt wahrscheinlich... Ich würde dann kurz einkaufen gehen. Das ist die längste denn bei Dayline-Folge, ey. Wahnsinn. Kommt der? Nee, nee. Er hat mich ja noch drauf. Da ist er eh super lahm. Also er versucht an dich reinzukommen. Ey, der ist doch echt doof, oder? Warum ist es so wichtig, dass ihr euch beide kriegt? Gibt es so viel mehr... 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 Oh Mann. Ich kann eigentlich runterschwingen, wenn ich will, aber... Oh Mann, was ist denn los mit dem? Und Kies, wie ist es so? Oh. Oh. War schön. Oh mein Gott. Jetzt ist er Solo hinter dir ohne mich. Ja, ja, ich weiß. Mit am Generator dran. Er sollte einfach Gentleman-mäßig sagen, let's... Let's do it, man. Generator. Let's do it. Let's do it, man. Oh. Ich repariere fröhlich vor mich hin. Alles auch schon auf Maximum, ne? Also wirklich alle Punkte, die man holen kann. Grind is real. Bin wieder da vorm Einkaufen. Ja, ich mein, das läuft ja auch, wie es an kann, ne? Ja. Ah, bei dem 30€ CPL ist das schon lohnenswert. Schön wär's. Ja, weil... Ich bring mich jetzt oben. Ich hab keinen Bock mehr. Töte mich. Gib auf. Steht er da jetzt? Ich glaub, ich muss ein Fake. Guck mal, der will dich nicht töten. Guck mal, der... Der macht ja gar nichts, oder? Nee. Der will uns nicht stehen lassen, der will uns auch nicht töten. Ihr müsst mich erst berufen. Hat der sich in euch verliebt? Das ist ne ungesunde Beziehung, die wir hier spüren. Kann das sein? Weil ich will sonst jetzt auch einfach gehen. Ich halte dich jetzt. Bleib stehen. Jetzt ist mir jetzt alles egal. Selbst bleibt stehen. Ich halte dich jetzt. Ich halte mich mal. Komm, jetzt geht mal beide zu mir hin. Jetzt leg's mal drauf an. Ja. Ich hol mir mal was zu trinken. Ist das schon Weihnachten? Geht mal beide hin. Ich will mal gucken, was der macht. Wundervoll Fall. Meine Familie ist da auf der Beine. Ich will dann jetzt kurz gehen. Geht mal beide hin. Ich will mal gucken, was der macht. Ist er denn? Ist er abgehauen? Happy New Year von. Ich glaub, der hat sonst... Der will das jetzt rauszögern, weil er wahrscheinlich voll lang gebraucht hat für ein Matchmaking. Ach, na Quatsch. Komm, wir reparieren hier. Hey, der spielt halt richtig mit euch, ne? Ja, wir können den Jen nicht machen. Ja, dann geht hin und lasst euch umbringen. Der will uns ja nicht umbringen. In der Hölle. Dann probiert's doch mal, wenn ihr beide gleichzeitig... Dann geht doch jetzt mal beide hin. Jetzt geht doch mal beide hin und probiert's, ob wir euch umbringen. Wir sind in der Hölle. Wir sind in der Hölle. Wir haben... Wir müssen auch noch eure Aufnahmen schaffen. Also kommt, geht beide hin und beende das jetzt. Nimm mich, ey. Seid die Sieger des Herzens. Mann! So ne komische Mischung aus... So ne Hassliebe langsam, ne? Ja, so richtig... So ein richtiger Narzisst. Kostische Beziehung. Der hat selber keinen Bock mehr. Nee. Jetzt geht mal beide hin und verbeugt euch und dann war's das. Nee, der war doch gerade bei mir. Mach den... Machst du den Jen? Er steht jetzt hier gerade oben. Ja, dann geht mal zu ihm hin. Ich will gucken, ob der was macht. Nee, sonst würde er mir noch hinterher kommen. Ja, dann zeig ihm, dass du jetzt friendly bist. Dann lässt er euch vielleicht gewinnen. Sefin jetzt gewinnen. Das ist aber nett. Das hat er euch jetzt machen lassen, ne? Das ist aber nett. Raus aus der Hölle. Wir müssen jeweils zu ihm machen. Er lässt uns gehen. Lass uns ziehen. Lass mal voll ziehen. Zahnarzt. Ich lach. Oh, lasst euch gehen! Süß! Oh, wie süß! Mach Party mit dir! Ohhhh! Er wusste das wie in so einer Katz-Situation. Boah, Alter. Aber er lässt uns auch nicht irgendwie einfach so gehen. Oh, ich will jetzt rausgehen. Oh, ich will jetzt rausgehen. Das ist voll. Nooo! Das ist anstrengend. Oh, Gott. Das war die härteste... Ich bin richtig verschwindet. Oh, Gott, ey. Aber ist cute. Es ist schon cute, dass er euch gelassen hat. Ja, wenn er sich die halbe Stunde das Spiel vorher gespart hätte, dann wäre es vielleicht cute. Oh! Dann wäre es vielleicht... Er lacht euch aus. Big Gen Italia. Damn. All the screams. Oh, süß! Ja, Leute. Auf jeden Fall dicke Props an Störsen, der sich für mich geopfert hat. Und an Keith und Seth, die hier... Ja, danke. Das ist so lange her. Und an Keith und Seth, die hier ordentlich gekämpft haben. Ja. Was ist das für ein Name? Big Gen Italia. Ich check's jetzt erst! Gut, jetzt können wir spenden. Okay, ja, so viel zum Thema. Keine Ausdrücke. Danke fürs Zuschauen. Checkt gerne drei... Alle beide... Alle... Ich bin auch schon elektrisiert. Gesammer. Alle drei unten in der Beschreibung ab. Wir haben auch für die aufgenommen. Und jetzt raus! Malbecты! Malbecke. Alle drei. Ja. Ich glaube, ich bin einfach mal Wasser. Ja. Also es gibt einen Namen. Ja. Tauch. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020